Alte, weiße Männer haben zurzeit ein schlechtes Image. Dominik Strauss-Kahn, Harvey Weinstein, Donald Trump, sie gelten nicht nur als lächerlich, sondern auch gefährlich. Was aber ist mit all jenen, rund 830.000 pro Jahr sollen es ja sein, die in die Erwerbslosigkeit entlassen werden und dann plötzlich neue Freiheiten haben, die auch genießen. Kochen lernen zum Beispiel, wenn sie damit nicht in die gut geölten Abläufe ihrer Frau und Partnerin eingreifen. Wo der Selbstwert bleibt, wenn der Status gegangen ist. Das hat mich interessiert. In Reportagen quer durch alle sozialen Schichten porträtiere ich Männer ab 60 etwa und hoffe, sie werden sich wiedererkennen. Vor allen Dingen ihren Mann werden sie wiedererkennen, liebe Rentnergattinnen. Untertitelung des ZDF, 2020